Hi du kreativer Kopf! Schön, dass du da bist! Wir sind Lucia und Nadine und zusammen sind wir Luna. Wir hoffen, du bist bereit, dich mit uns in dein kreatives Abenteuer zu stürzen. Und jetzt lass dich von uns durch die faszinierende Welt der Alkoholtintenmalerei begleiten. Wir nehmen dich an die Hand und zeigen dir Schritt für Schritt, wie du mit Alkohol und unseren speziellen Techniken deine Farben übers Papier gleiten lässt und dabei mit viel Spaß einzigartige Meisterwerke kreierst. Das Malen mit Alkoholtinte kommt ursprünglich aus den USA und ist daher in Deutschland noch ziemlich unbekannt. Aber, das wollen wir jetzt ändern. Diese moderne Art der Malerei unterscheidet sich in vielen Punkten von klassischen Maltechniken. Daher gibt es auch viel Neues zu entdecken. Neue Malgründe, neue Techniken und eine ganze Bandbreite an vielen tollen neuen Effekten. Und jetzt runter von der Couch und rein ins kreative Abenteuer.